Sie sind der Entwickler dieser Maschine. Können Sie mir denn einmal sagen, wie lange es gedauert hat, diese Faltschachtel-Klebemaschine zu entwickeln? Das Projekt hat vor zwei Jahren begonnen. Die eine Entwicklungszeit haben wir an der Maschine entwickelt und haben jetzt aktuell vor einer Woche den Prototypen hier integriert. Und was ist das Besondere an dieser Anlage? Das Besondere ist, dass wir hier ein automatisches Setup an der Maschine haben, dass wir nicht nur die Maschine in Bärrichtung verstellen können, das heißt also die Faltleam-Einstellung, sondern dass an der Stelle, wo wir hier gerade stehen, auch eine Längsvorstellung des Faltprozesses möglich ist, wo ich also die Links- und Rechtsfaltungen zueinander steuern kann. Und meine Schachtel kommt genau zu.